Eine Wahlkampagne zu führen, mit der wir die Regierung von Angela Merkel ablösen wollen, um anschließend wieder in eine Regierung von Angela Merkel einzuführen. Diesen Glaubwürdigkeitsverlust, den werde ich mir nicht zuguten. Dafür kämpft die nächste große Koalition unter Angela Merkel zu verhindern und sich dafür mit jedem noch so prominenten Kopf in seiner eigenen Partei in der SPD anlegt. Er tut das, und das ist das Erstaunliche, ganz unaufgeregt, ohne zu schreien, aber ungeheuer klar. Erstaunlich, mit welcher Überzeugungskraft man auch mit 28 Jahren Reden halten kann, wenn man an das glaubt, was man da sagt. Und wenn man ihn so sieht, dann fragt man sich, wer ist dieser Mann, der den Parteivorsitzenden vor sich hertreibt, wie noch kein Juso-Chef vor ihm es jemals gewagt hat. Und was meint er, wenn er schreibt, beim Blinddarm, wie auch in Sondierungsgesprächen gilt, Vorsicht bei Durchbrüchen. Herzlich willkommen, Kevin Kühnert. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Danke schön. Gleich zu Beginn die allererste Frage an Kevin Kühnert. Herr Kühnert, was war das jetzt am Wochenende? Wer ist der Gewinner, wer ist der Verlierer dieser entscheidenden Abstimmung? Wie sehen Sie das? Ja, auch wenn es für Sie dann vielleicht langweilig sein mag, ich glaube wirklich, dass es nicht um Gewinner und Verlierer ging, sondern in der SPD haben wir eine extrem schwierige Situation im Moment. Und unser gemeinsames Ziel ist, das irgendwie so hinzukriegen, dass wir eine souveräne Entscheidung am Ende treffen und dass die Partei zusammenbleibt. Wenn wir das hinkriegen, dann sind wir vielleicht alle Gewinner am Ende. Gut, aber Sie wollten da eine Mehrheit. Sie wollten die Leute dazu bringen, die Partei dazu bringen, Nein zu sagen zur nächsten großen Koalition. Da gibt es Gewinnern, da gibt es Verlierer. Ist doch klar. Und Sie haben in Kauf genommen sogar, dass Ihr Parteivorsitzender der Verlierer sein würde. Selbstverständlich sind wir auf den Parteitag gegangen, um zu gewinnen. Wir wollten, dass abgelehnt wird, dieser Antrag. Also, dass die SPD an dieser Stelle die Gespräche beendet und sagt, wir bleiben bei dem, was wir ja schon am Wahlabend und nochmal im November betont haben, keine erneute große Koalition. Das haben wir knapp nicht geschafft. Aber wir haben gegen die komplette Parteispitze und alle amtierenden Ministerinnen und Minister und viel Ex-Prominenz, die aufgefahren wurde, 44 Prozent hinter uns bringen können. Ich glaube, an diesem Sonntag ist vor allem klar geworden, das ist hier nicht der Zwergenaufstand der Jusos gewesen, den wir in den letzten Tagen erleben, sondern es ist eine sehr ernsthafte Debatte um die Zukunft der Sozialdemokratie. Bevor wir gleich, das ist genau der Sound, der da auch am Sonntag zu hören war. Und bevor wir gleich wirklich ins Politische gehen, mal eine ganz persönliche, private Frage. Wie hält man sowas aus? Wie steht man sowas? Ich meine, der Wind, der da kommt, die Welle, die man da vor sich her schiebt, die war enorm. Und ganz Europa schaut auf Sie. Und genau genommen haben Sie die Kanzlerin in der Hand. Ist Ihnen das eigentlich klar? Also erst mal steht man es am besten damit durch, dass man überzeugt ist von dem, was man tut. Und wenn ich abends und morgens in den Spiegel gucken kann und weiß, das Richtige zu machen und den Rückhalt meines Verbandes zu haben. Ich bin Vorsitzender der Jusos von 75.000 Mitgliedern. Zum Thema Große Koalition habe ich seit zwei Monaten einen einstimmigen Beschluss meines Bundeskongresses von 300 Delegierten in der Tasche. Und mit dem kann ich das machen, was ich im Moment politisch tue, weil mein Verband dahinter mir steht. Und weil wir natürlich mitkriegen, dass es noch viel mehr Leute sind, die dahinter uns stehen. Aber mit wem besprechen Sie sich da? Mit Freunden, mit Ihren Eltern? Mit wem bespricht man sich da? Ja, ich glaube, das ist wie bei allen. Natürlich bespricht man sich mit Freunden und engen Wegbegleitern, die bei mir ja in großer Zahl auch Menschen sind, mit denen ich Politik zusammen mache, die auch das Innenleben der SPD kennen. Und natürlich sind es meine Genossinnen und Genossen auch im Bundesvorstand der Jusos, mit denen ich mich natürlich abstimme. Wir sind ja ein demokratischer Verband und treffen unsere Entscheidungen auch gemeinsam. Aber wann war Ihnen klar, da muss ich jetzt wirklich hart rangehen, da muss ich jetzt tapfer sein in den nächsten Wochen? Nach Jamaika, nach dem Scheitern von Jamaika? Ja, das ist ja ganz spannend. Die Jamaika-Gespräche sind ja fünf Tage vor dem Juso-Bundeskongress im November geplatzt. Das heißt, auch wir waren eigentlich auf etwas ganz anderes vorbereitet. Es gab ein Vorgespräch mit Martin Schulz, da haben wir noch überlegt, ob wir mehr über Europa oder mehr über Bildungspolitik in seiner Rede sprechen. Und alle dachten, wir laufen jetzt auf vier Jahre Opposition zu. Und dann änderte sich alles. Und das änderte sich auch für uns alles. Der ganze Ablauf des Kongresses war plötzlich auf den Kopf gestellt. Und der Auftritt von Martin Schulz an dem Freitagabend bei uns war eben keiner, in dem es so ein bisschen um die Zukunft der SPD in abstrakter Form ging. Sondern da ging es ums Eingemachte, weil die SPD genau in diesem Augenblick dabei war, umzufallen. Sie haben dieser Tage, meine ich, in einem Interview noch gesagt, da gab es damals diesen riesigen Applaus. Das war der 24. September, der Wahlabend, kurz nach 18 Uhr. Wir schauen uns das noch mal an. Es ist vielleicht ganz wichtig, das noch mal zu sehen, diese Bilder, um zu verstehen, wie in etwa die Gemütslage in Ihrer Partei gewesen sein muss. Ich würde schätzen, ein paar mehr als 56 Prozent waren, das Sie damals gejubelt haben. Schauen Sie mal. Mit dem heutigen Abend... Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der großen Koalition. So, Stegner hat geklatscht, Frau Nahles hat nicht geklatscht. Das haben wir auch beobachtet. Haben Sie geklatscht in dem Moment? Ich war gar nicht im Willy-Brandt-Haus an dem Abend. Ich glaube, ich war bei einem Kollegen von RTL 2 und durfte da was kommentieren. Aber wäre ich da gewesen, hätte ich auf jeden Fall auch geklatscht. Und ja, gut, dass Sie den Ausschnitt genommen haben. Weil das zeigt, glaube ich, sehr viel vom Innenleben und von der Seele der SPD und erklärt vielleicht auch ein bisschen, was in diesen Tagen gerade bei uns passiert. So, und was haben Sie gedacht, als plötzlich diese unglaubliche Wende dann im Raum stand, diese Wolte? Wie würden Sie das nennen? Ist das Umfallen? Ist das ein gebrochenes Versprechen? Was ist das? Das ist unklug gewesen vor allem. Also, das eine ist am Wahlabend zu sagen, man macht die Große Koalition nicht noch mal. Das hat sich auch ein Stück weit aus dem Wahlergebnis ergeben. Das zweite Mal, als die das beschlossen haben, einstimmig im Parteivorstand, war ja der Tag nach den geplatzten Jamaika-Gesprächen. Also, in vollem Bewusstsein, dass diese Regierung nicht zustande kommen wird, hat man, wie ich finde, weiterhin richtigerweise gesagt, das machen wir nicht. Und dann ging ein Stück weit das Umfallen los. Und zwar in sehr schnellem Tempo in den Tagen darauf. Und mir hat bis heute keiner erklären können, was denn die grundlegend andere Situation, das ist immer die Sprachwendung dabei, gewesen sein soll, die dazu geführt hat. Dass der Bundespräsident sich vor eine Kamera gestellt hat und gesagt hat, die Parteien müssen miteinander reden, ist jetzt keine sonderliche Überraschung gewesen. Das hätte ich auch vorher mir an drei Fingern abzählen können. Dass er das sagen würde, ja? Ja, und dass er sagt, miteinander reden, heißt ja noch nicht, bildet eine große Koalition. Man kann ja auch über andere Formen der Regierungsbildung sprechen. Das hätte ich mir zumindest gewünscht. Und wann haben Sie gemerkt, okay, das mache ich nicht mit, das ziehe ich jetzt durch? Ja, das habe ich ganz schnell gemerkt. Dafür musste ich im Prinzip nur meinen Facebook-Account aufmachen. Dann sehe ich nämlich, was die anderen Mitglieder meines Verbandes zu diesem Thema schreiben. Und die waren natürlich entsetzt, wie viele Mitglieder in der SPD. Aber was stand da? Keine große Koalition? Oder stürzt Schulz? Oder was stand da in erster Linie? Nee, also ich weiß, dass von außen betrachtet diese Personalfragen immer unglaublich interessant sind. Naja, Politik macht sich natürlich an Köpfen fest. Das ist ja gar keine Frage. Ja, selbstverständlich. Aber in der schwierigen Situation, in der wir sind, dass das Austauschen eines Kopfes nun wirklich nicht die Lösung des Problems. Wenn das so einfach wäre, würde wahrscheinlich schon freiwillig jemand zurücktreten. Martin Schulz, meine ich. Ja, oder irgendjemand anderes. Aber es ist eben nicht so einfach. Und deswegen... Hätte er zurücktreten müssen? Nee, finde ich nicht. Ich finde auch, das habe ich auch in den letzten Tagen immer gesagt, ich finde auch, er muss jetzt nicht zurücktreten. Weil ich diese politische Kultur ablehne, in der zwei Meinungen aufeinanderprallen, dann setzt sich am Ende jemand durch und der Unterlegene muss immer zurücktreten. Das ist ja nicht der Mechanismus. Das sind diese Stimmen aus der Bundestagsfraktion gewesen. Und da muss ich halt sagen... Wie fanden Sie das? Ich fand er das ganz schön überfallartig und inhaltlich nicht gut begründet. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich habe kein Problem, wenn jemand eine andere Meinung als ich zu einer Sachfrage hat. Aber ich hätte gerne eine plausible Begründung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass da ein Stück weit auch eine Komponente drin war, dass das natürlich Mandatsträgerinnen und Mandatsträger unserer Partei sind. Die hatten gerade einen harten Wahlkampf hinter sich. Das ist in vielen Wahlkreisen auch sehr knapp gewesen. Und natürlich ist die Aussicht dann auch auf mögliche Neuwahlen. Keine, die sonderlich begeistert. Wenn sie... Ich glaube, dass die Erneuerung in allererster Linie erstmal inhaltlich sein muss. Wir sind eine politische Partei. Politische Parteien werden für ihr Programm gewählt und erst in zweiter Linie für das Personal, was dieses Programm zu vertreten hat, oder für ihre Strukturen. Die Erneuerung der SPD wird am Ende auch noch mehr Komponenten haben. Da sprechen wir im Moment auch viel in der Partei drüber. Aber es wird erstmal um eine programmatische Frage gehen. Und alle, die für die SPD im letzten Jahr Wahlkampf gemacht haben und ehrlicherweise auch schon die Jahre davor, haben, wenn man sich nur eine Stunde an den Infostand oder an Türen gestellt hat, mitbekommen, dass die Rückmeldung ganz häufig ist, das hört sich ja ganz gut an, was ihr da aufschreibt, aber ihr regiert doch die ganze Zeit mit der Union zusammen. Warum setzt ihr das dann nicht um? Ich erkenne die Unterschiede zwischen euch und der Union nicht mehr. Mir fehlen die Alternativen in der politischen Landschaft. Und das ist ein ganz tiefes Bedürfnis, nicht nur in der SPD, sondern, glaube ich, auch in unserer Wählerschaft, die wieder stärker rauszuarbeiten. Und das ist auch mein Appell an meine Partei, den Kompromiss, der notwendigerweise in der Koalition beinhaltet ist, nicht immer schon vorwegzudenken, indem man ihn als Programm aufschreibt, sondern erst mal das eigene aufzuschreiben, auch Mut zu einer Vision und zu einer Utopie zu haben. Aber den Kompromiss kann man dann später in der Regierung immer noch vollziehen. Aber die Frage ist, wollen Sie, dass die Partei das Programm neu erarbeitet von unten oder haben Sie selber Vorstellungen? Natürlich habe ich auch Vorstellungen, aber ich bin seit zwei Monaten Jusef-Vorsitzender. Ich würde Sie jetzt auch anlügen, wenn ich sagen würde, ich habe da irgendwo in der Tasche 100 Seiten aufgeschrieben und da steht das schon alles drin. Das würde jetzt auch unsere Position überfordern. Ich fordere das auch von niemand anderem ein, wenn der Erneuerungsprozess so einfach wäre, dann hätte ich wahrscheinlich einen gut bezahlten Beraterposten irgendwo und müsste nicht Jusef-Vorsitzender sein. Aber wir werden ihn schon zusammenarbeiten müssen in der Partei. Ist das so hart im Moment? Herr Thomas, an Sie die Frage, bevor wir gleich mit Markus Feldenkirchen darüber sprechen, wie er diesen Parteitag wahrgenommen hat, wer ist dafür verantwortlich, dass die Partei so gespalten ist im Moment? Gespalten halte ich nicht für den richtigen Begriff. Wie würden Sie es dann nennen? Ich glaube, dass wir wichtige Diskussionen seit Jahren vor uns herschieben. Aber wie würden Sie es nennen? Gespalten, zerrissen? Hin- und hergerissen auf jeden Fall. Ja, doch, das auf jeden Fall. Und ich glaube, wir kommunizieren an manchen Stellen ein bisschen aneinander vorbei. Das hat man auch auf diesem Parteitag ganz gut sehen können. Da argumentiert die eine Seite auf einer ganz strengen Sachebene, was natürlich auch angemessen ist, und erklärt uns und trichtert uns ein, die Verhandlungserfolge aus den Sondierungen. Da ruft es sozusagen einem von der Bühne entgegen, Grundrente und Verbesserung für Familien. Und was zumindest viele Delegierte zurückrufen, ist nicht etwa Grundrente ist doof, nein, wer würde das denn behaupten, sondern was zurückkommt, ist Vertrauensverlust, Erneuerung. Und das sind zwei Erzählstränge, die aneinander vorbeigehen ein Stück weit. Aber das ist doch Sie beide im Zusammenspiel, meine ich jetzt. Na ja, von außen ergibt sich das Bild einer zutiefst zerrissenen Partei, natürlich. Aber ich glaube, der Vorteil in der SPD im Moment ist, wir tragen einen Richtungskonflikt aus, von dem doch jeder weiß, dass er vorhanden ist. Der herrscht in anderen Parteien auch, der wird dort aber nicht demokratisch auf Parteitagen ausgeführt, sondern da wird im Hinterzimmer gemeuchelt, da läuft Jens Spahn bei der Union seit Monaten rum. Alle wissen, was sein Ziel ist. Alle wissen, dass er diese Kanzlerin weghaben möchte und gerne selber mehr Macht in dieser Partei haben möchte. Und Sie helfen dabei? Mich interessiert die Union nun wirklich so was von wenig. Das ist ernsthaft jetzt. Ich meine, Sie haben doch gerade die Hand am Abzug. Ich meine, Sie haben auch die CDU-Kanzlerin gerade in der Hand in gewisser Weise. Ich bin im persönlichen Umgang eher Pazifist. Da habe ich, glaube ich, nirgendwo die Hand am Abzug. Ich meinte jetzt auch nicht. Ich habe jetzt hervorragend etwas gefragt. Haben Sie noch Vertrauen in Martin Schulz, Herr Kühnert? Ja, ich habe Vertrauen in Martin Schulz. Uneingeschränkt? Ich glaube, in niemanden hat man uneingeschränkt Vertrauen. Ich finde nur, das Problem, das wir in der SPD haben, das ist ein strukturelles Problem. Das macht sich nicht an einer Person fest. Und es ist ein Irrglaube, wenn diese Person weg ist oder auch wenn mehrere Personen weg sein sollten, dass sich das dann ändert. Diese Logik der Großen Koalition, das ist ja das, was wir als Jusos im Kern kritisieren. Dass diese Alternativlosigkeit, die Frau Merkel in die Politik reingebracht hat, dass die sich auch tief in die SPD reingefressen hat. Und dass wir nach Wahlen häufig den Eindruck vermitteln, wir würden eigentlich gerne was anderes machen, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Und deswegen gehen wir jetzt mit allem staatstragenden Pathos doch wieder in diese Große Koalition rein. Das ist ein Stück weit zu einem Wesenskern in dieser Organisation geworden. Und das betrifft halt nicht nur Martin Schulz. Das ist Parteitag. Ich finde, man hat bei Martin Schulz' Rede ganz gut gesehen, wie schwierig es eben auch ist, ein Sondierungspapier mit der Union wirklich enthusiastisch verkaufen zu können, wenn man nun mal in den letzten zwölf Jahren, acht Jahre zusammen regiert hat und viele Gemeinsamkeiten aufgebraucht sind. Das ist jetzt kein Kassenschlager, den er da vorgestellt hat. Und das hätte ich oder irgendjemand anderes wahrscheinlich auch nicht schöner vorstellen können. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Ihre Vorschläge. Denn Deutschland soll so bleiben, wie es ist. Das ist ein Thema, was wir unbedingt aufnehmen müssen. Ich nehme das mit, es ist aufgenommen und das wird leider auch noch fünf bis zehn Jahre dauern. Wir nehmen ja heute die Vorschläge auf. Ob ich den umsetzen kann, weiß ich nicht. Die anderen gegen die Große Koalition aufzustehen, sind sehr grundlegende. Die haben was mit unserem Blick auf das demokratische System in Deutschland zu tun, auf das Wahlergebnis vom 24. September. Wir finden gerade, die SPD hat eine Verantwortung der AfD, nicht die Oppositionsführerschaft, ohne Not im Deutschen Bundestag zu überlassen. Das sind ja Argumente, die können Verhandlungsergebnisse nicht einfach so vom Tisch wischen, sondern die stehen im Raum und die treiben uns in unserer Überzeugung an. Und anscheinend erreichen wir ja ganz viele damit. Deshalb geht die Kampagne natürlich weiter oder das Ringen um das beste Argument. Und ja, da werden wir ein Hochfest, quasi das nächste Hochfest der Demokratie in der SPD erleben, nämlich rund um diesen Mitglieder. Wie begegnen Sie dem? Ich bin da sehr dankbar, dass wir da drauf kommen, weil ich merke seit gestern natürlich auch, dass diese Diskussion läuft. Sie haben es eingeblendet, was unser Wording dazu auch ist. Eintreten, mitmachen, mitbestimmen. Und mir ist das ganz wichtig, das auch noch mal zu betonen, worum wir werben in diesen Tagen, und das tut der SPD-Parteivorstand ja übrigens legitimerweise genauso, sind solche Neumitglieder, die ein Interesse an der Sozialdemokratie haben, sich mit unseren Werten identifizieren können. Aber Sie können ja nicht jeden Einzelnen von denen fragen, ob er gerade... Nee, das können Sie aber unter Normalbedingungen im politischen Geschäft auch nicht tun. Deswegen begegnet man irgendwann in der Regel seiner Vor-Ort-Struktur. Aber es ist schon ein Unterschied. Es ist schon ein Unterschied, ob man da so eine Kampagne gerade am Laufen hat, die sozusagen das Ziel hat, diese Koalitionsverhandlungen zu toppigieren. Also diese zugespitzte Kampagne, muss man sagen, ist nicht von Herrn Kühnert, aber die gibt es in seinem Verband. Da haben wir auch miteinander drüber gesprochen bei uns im Verband. Es waren jetzt nicht alle Töne superglücklich in den letzten zwei Tagen, waren allerdings vorher von Seiten des Parteivorstandes auch nicht alle Töne superglücklich. Ich glaube, unterm Strich können wir uns da alle gut in die Augen gucken. Nur noch mal zur Betonung, ich glaube, in eine politische Partei sollte man nicht eintreten wie in so ein Fitnessstudio, dass man da mal ein paar Monate mitmacht und dann wieder rausgeht. Sondern es sollte schon eine innere Überzeugung sein, die einen treibt. Und ich glaube, die allermeisten, die jetzt eintreten, viele davon schreiben mir und melden sich im Moment gerade, die treibt auch diese Überzeugung. Die schreiben nicht, Merkel muss weg. Und deswegen trete ich jetzt in die SPD ein, damit irgendwie am Ende eines komplizierten Prozesses weg ist. Aber das ist aber der Trumpf, den Sie gerade in der Hand haben. Das ist Ihnen schon klar. Ja, ich weiß, dass da im Moment viele drüber schreiben. Aber die tausenden Leute, die anscheinend gerade in die SPD eintreten, die machen auf mich mehr den Eindruck, dass die sich Sorgen um die Sozialdemokratie in Deutschland machen, die wollen, dass es eine starke Linke von der SPD eintritt, macht das schon in der vollen Konsequenz, erkennt damit auch unsere Geschäftsgrundlage sozusagen an, kriegt so ein rotes Parteibüchlein in die Hand gedrückt. Ich finde, da trägt man dann schon auch eine Verantwortung in so einem Moment. Zum Schluss an Sie die Frage, Herr Kühnert. Ganz generell, weil klar geworden ist heute auch in diesem Gespräch, Ihnen geht es um das große Ganze, um eine neue Vision. Was treibt Sie? Was ist das, von dem Sie sagen, das sind kurz beantwortet die drei Dinge, die wir dringend angehen müssen, auch im Sinne einer neuen Generation? Was braucht dieses Land? Ja, Sie sagen das schon ganz richtig. Ich glaube, dass wir so im Maschinenraum des kleinen Kleinen manchmal die großen Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft aus den Augen verlieren. Die haben wir als Jusos aber sehr stark im Blick. Ich finde, eine sozialdemokratische Partei, welche denn sonst, muss sich darum kümmern, dass wir krass ungerechte Vermögensverhältnisse in diesem Land haben. Die gehen seit Jahren auseinander, aber wir kommen über diese Ebene des, die Schere zwischen Arm und Reich muss irgendwie mal wieder zusammengehen, kommen wir nicht hinaus. Und auch die SPD ist mir zu verzagt in ihren politischen Vorschlägen, die sie dabei macht. Das erwarte ich mir als einen ersten Punkt von meiner Partei, das wieder ins Lot zu bringen. Und auch an anderen Stellen in der Gesellschaft haben wir enorme Ungerechtigkeiten. Wir sprechen dieser Tage häufig über die Bürgerversicherung, also darüber, dass wir mindestens mal Zweiklassenmedizin in dieser Gesellschaft haben, dass da viele Menschen von einer ordentlichen Versorgung abgeschnitten sind. Wie kann das sein in so einem reichen Land, in dem wir leben? Warum kriegen wir das nicht besser organisiert? Und wir schieben, und das ist für meine Generation, glaube ich, auch ganz wichtig, wir schieben einen irrsinnigen Investitionsstau von über 150 Milliarden Euro vor uns her. Digitalisierung, Verkehrsinfrastruktur, Bildungsinfrastruktur und so weiter. Und die Antwort der Union ist seit Jahren darauf nur die schwarze Null. Aber ich finde, es ist auch offenkundig, dass die SPD auf Bundesebene auf absehbare Zeit nicht regierungsfähig ist. Und deshalb rate ich uns allen, keine weiteren Gedanken darauf zu verschwenden, sondern uns auf das zu konzentrieren, was vor uns liegt, zunächst zwischen CDU und CSU und dann mit FDP und Grünen. Das muss ausgeglichen sein. Aber unser Antrieb als Jusos ist klarzumachen, uns wird irgendwann mal nicht nur ein Kontostand vererbt, sondern uns wird auch das alles um uns herum vererbt. Und mir bringt die schwarze Null auf dem Konto nichts, wenn ich in Ruinen zur Schule oder zur Universität gehen muss und die Straßen kaputt sind, auf denen ich fahre. Und wenn zum fünften Mal die Große Koalition in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, dass wir ein tolles 50 Mbit oder jetzt Gigabit-Netz in Deutschland haben wollen, aber es wird immer nicht erreicht am Ende. Und deswegen möchte ich mehr Schwung in diese politische Debatte reinbringen. Ich möchte, dass diese beiden großen Parteien wieder um die richtige Richtung ringen. Und ich möchte nicht mehr an SPD-Infoständen von Leuten angesprochen werden, die mich fragen, ob ich nicht eigentlich auch in dem Verein nebenan Mitglied sein kann. Denn dafür bin ich mal nicht in die SPD eingetreten. Und was ist, in dem Zusammenhang habe ich noch, warum, das fällt mir immer wieder auf, warum sparen Sie immer das Megathema Migration aus in dem Zusammenhang? Wir können gerne auch über Migration reden. Was ist Ihre Vision dafür? Können Sie das mal in drei Sätzen skizzieren? Was ist die, soll es eine Obergrenze geben, ja oder nein? Nein, es soll keine Obergrenze geben, weil das nicht unserem Grundgesetz entspricht. Es gibt ein Grundrecht auf Asyl. Das hat zu gelten. Und auch wenn die CSU noch so viele rhetorische Pirouetten versucht zu drehen, sie kann auch unsere Verfassung nicht auf den Kopf stellen. Ist es nicht auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit, auch an dem Punkt mal wieder so etwas wie Ordnung ins ganze Verfahren zu bringen? Das ist doch das, was vielen Leuten so unter den Nägeln brennt. Ich habe überhaupt kein Problem da, auch wenn Sie so wollen, Ordnung reinzubringen. Ich glaube, was Menschen interessiert in dem Zusammenhang, ist aber eigentlich was ganz anderes. Rund um die Debatte um geflüchtete Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, haben wir eine riesige Diskussion bekommen über die Frage, für was wird hier eigentlich Geld ausgegeben in dieser Gesellschaft? Und viele haben gesagt, Siegmar Gabriel unter anderem auch. Ja, da hat er auch völlig zu Recht darauf hingewiesen, hat er gesagt, mir begegnen Menschen, die sagen, für nix ist Geld da, aber jetzt können wir plötzlich vieles ausgeben. Nur die Antwort der SPD, und das muss der Unterschied zu Populisten sein, die auf dieser Welle im Moment surfen, die Antwort der SPD muss doch sein zu sagen, dass wir hier Wohnungsknappheit haben, dass die Schulen schlecht aussehen, dass wir zu wenig Kita-Plätze haben. Ja, das ist doch kein neuer Zustand, das ist doch nichts, was Flüchtlinge importiert haben nach Deutschland, sondern die weisen in besonderer Weise einfach dadurch, dass sie da sind und das Angebot noch weiter verknappt, wird darauf hin, dass wir hier politische Versäumnisse seit Jahren haben. Und das meine ich mit den Investitionen. Wer Geld in die Hand nimmt, um in die Zukunft der Gesellschaft zu investieren, tut das immer für alle. Und es gibt genug Reichtum in dieser Gesellschaft, um für die, die schon da sind und für die, denen wir Schutz bieten, gemeinsam eine ordentliche Rahmenbedingung zu bieten. Und das, glaube ich, muss eine Position einer sozialdemokratischen Partei sein, nicht mehr und nicht mehr. Da streitet einer für linke Politik. Danke Ihnen sehr herzlich. Kevin Kühnert, der User-Vorsitzende. Freiheit und Leben kann man uns nehmen. Die Ehre nicht. Und dieser Satz hat ganz viele Demokraten, Sozialdemokraten und auch mich geprägt, für Demokratie sich einzusetzen und zu kämpfen. Das ist der Untertitelung. Auch wenn sie ein Wind sehen können, erst mal nicht mehr das Ganze in die Zukunft über den